Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute mit dem Piotrowski F-Score als Thema. Der Piotrowski-Score wurde benannt nach dem Stanford-Professor für Rechnungswesen Joseph Piotrowski und bei dem Piotrowski-Score handelt es sich um eine Bewertungsmethodik auf wissenschaftlicher Basis, welche Aktien anhand von insgesamt 9 Kriterien bewertet. Dabei sind die Kriterien so aufgebaut, dass jeweils entweder das Kriterium erfüllt ist oder nicht und dementsprechend auch einen Punkt vergeben wird. Der Piotrowski-Score hat deshalb eine wissenschaftliche Grundlage, weil er durch eine Analyse von ca. 14.000 Aktien mit niedrigen KBV, also mit einem niedrigen Kursbuchwert, bedeutet letztendlich, dass das Eigenkapital eines Unternehmens bzw. ja, das wirklich, was an Vermögen da ist, wenn man die Schulden abzieht und wenn man das dann liquidieren würde, also der aktuelle Wert, man ja mit Abschreibung, das wird ins Verhältnis gesetzt zur Marktkapitalisierung und je niedriger dieses Verhältnis von Marktkapitalisierung zu Buchwert, desto günstiger kann man sozusagen Vermögenswerte eines Unternehmens erwerben. Der Piotrowski-Score ist sicherlich nicht immer das richtige Mittel, um eine Aktie zu bewerten, denn bis 1996 war die Nutzung von Internet noch weit nicht so ausgeprägt wie 10 Jahre später, geschweige denn heute und es gibt natürlich auch viele Aktien, die dort extrem schlecht abschneiden, weil sie sich noch in ihrer Gründungsphase befinden und dementsprechend eignet sich der Piotrowski-Score eher dazu, Value-Aktien zu finden. Nichtsdestotrotz dient der Piotrowski-Score nachweislich sehr gut dazu, marode Unternehmen zu meiden und bei Aktien mit einem Score von 8 oder 9 eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine überdurchschnittliche Rendite zu haben. Die neuen Kriterien des Piotrowski-Scores lassen sich in drei Kategorien unterteilen, die Profitabilität, die Liquidität respektive Finanzierung und zu guter Letzt die operative Effizienz. Wenn wir auf die Kriterien der Kategorie Profitabilität schauen, insgesamt vier, dann sind hier zu nennen ein positiver Nettogewinn, ein positiver operativer Cashflow, ein Wachstum der Gesamtkapitalrendite gegenüber dem Vorjahr und zu guter Letzt die Gewinnqualität, das heißt der operative Cashflow liegt über dem Nettogewinn. In der Kategorie Leverage, Liquidität und Finanzierung sind insgesamt drei Kriterien aufgeführt, welche darüber Aufschluss geben, wie gesund ein Unternehmen sich finanziert. Sofern ein Unternehmen das Verhältnis langfristiger Schulden zum langfristigen Vermögen, also zum Anlagevermögen reduziert, also ein höheres langfristiges Vermögenswachstum als Schuldenwachstum habt, gibt es hier einen Punkt. Und wenn ein Unternehmen ihr Umlaufvermögen in Relation zu dem kurzfristigen und mittelfristigen Fremdkapital steigert, bekommt es auch einen weiteren Punkt. Das Kriterium wird auch als die Liquidität Dritten Grades bezeichnet. Das letzte Kriterium dieser Oberkategorie stellt die Anzahl der umlaufenden Aktien dar, denn ein Unternehmen kann anstatt sich zu möglicherweise hohen Kapitalkosten, mittlerweile eher weniger, aber zumindest früher, ja, statt sich für hohe Kapitalkosten Geld bei einer Bank zu leihen oder Unternehmensanleihen zu mittieren, kann ein Unternehmen durch Neuausgabe von Aktien Kapital besorgen. In diesem Fall ist es dann kein Fremdkapital, sondern Eigenkapital, sodass man auch von einer Kapitalerhöhung spricht. Falls sich die negativen Folgen einer Kapitalerhöhung interessieren, kannst du jetzt oder am Anschluss auch gerne noch das Video zur Kapitalerhöhung auf diesem Kanal anschauen, in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir noch mal zum letzten, zur letzten Kategorie der operativen Effizienz eines Unternehmens, ja, welche darüber Aufschluss gibt, wie ein Unternehmen mit ihrem Kapital umgeht. Denn wenn man mal schaut, heutzutage insbesondere auf die Softwarekonzerne im Gegensatz zu Airlines, dann sieht man, dass die Softwarekonzerne deutlich weniger Vermögenswerte wie zum Beispiel Flugzeuge besitzen müssen und dennoch höhere Gewinne erwirtschaften können. Und um die operative Effizienz zu bewerten, gibt es im Piotrowski-Score zwei Kriterien. Einerseits die Bruttomarge, welche angibt, wie viel vom Umsatz ein Unternehmen behalten kann, wenn alle operativen Kosten gedeckt sind. Und zu guter Letzt der Kapitalumschlag, welcher das Verhältnis vom Umsatz des Unternehmens zum Gesamtkapital angibt. Einfacher gesagt, gibt der Kapitalumschlag an, wie viel Umsatz mit dem zur Verfügung stehenden Kapital erwirtschaftet wurde. Und berechnet sich, indem man den Nettoumsatz dividiert durch das Gesamtamt. Ja, kommen wir nun zu einem Beispiel aus einer früheren Aktienanalyse anlässlich meines 100-Abo-Specials, wo ich über eine Stunde lang die Match Group analysiert habe. Und wenn du also lernen möchtest, wie man als Kleinanleger mit beschränkter Zeit und Informationsgrundlage einer Aktie analysiert, dann schau dir gerne das Video an, ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt schauen wir mal bei der Match Group auf die Profitabilität. Damals betrug der Nettogewinn im Jahr 2019 572 Millionen US-Dollar und der operative Cashflow sogar 641 Millionen US-Dollar. Somit waren die ersten beiden Punkte erreicht, ja, also positiver Nettogewinn, positiver operativer Cashflow. Und das dritte Kriterium aus dem Bereich der Profitabilität, die Gesamtkapitalrendite, ja, die sich sozusagen ergibt, wenn man das Nettoergebnis durch das Gesamtkapital dividiert lag oder ist gestiegen hat, hat einen Wachstum hervorgerufen und somit durch den Anstieg von drei Prozentpunkten sind hier alle Kriterien aus dem Bereich Profitabilität erfüllt. Denn wenn man auf nochmal die ersten beiden Punkte schaut, dem Nettogewinn und dem operativen Cashflow, dann kann man die beiden Werte ja schnell vergleichen und sieht dann auch, dass dort die Gewinnqualität entsprechend vorhanden ist. Kommen wir nun zum Bereich Finanzierung und betrachten als erstes, ob sich der langfristige Verschuldungsgrad reduziert hat. Der Grad von langfristigen Schulden am Gesamtvermögen eines Unternehmens bezeichnet man auch als Gearing-Wert und dieser stieg um zehn Prozent an. Der Anteil langfristiger Schulden am Gesamtvermögen stieg also deutlich an, sodass für den Abbau langfristiger Schulden hier kein Punkt vergeben werden kann. Schauen wir nun auf die Liquidität dritten Grades, welche sich wie bereits erdeutert auf die aktuellen Assets, also zu deutsch auf das Umlaufvermögen, beruft in Relation dann zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Hat ein Unternehmen zum Beispiel einen Kredit aufgenommen, den sie im Folgejahr abgezahlt haben müssen, dann würde die Liquidität des Unternehmens zwar erst einmal drastisch steigen, gleichermaßen allerdings auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität dritten Grades bezieht sich somit auf die liquiden Mittel und das Umlaufvermögen inklusive aktueller kurzfristiger Verbindlichkeiten. Unternehmen können nicht nur über die Aufnahme von Schuldenkapital ans Bord holen, ans Land ziehen, sondern sie können auch ihre Finanzierung, ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien beschaffen. Dieser Vorgang wird auch als Kapitalerhöhung bezeichnet, weil natürlich das Eigenkapital ansteigt und leider die Anzahl der umlaufenden Aktien sich erhöht. Dieser zwei negative Effekte. Eine Erhöhung der Anzahl umlaufender Aktien bedeutet ja eine Erhöhung der erwerbbaren Aktien am Markt und somit eine Erhöhung des Angebots. Und das kann grundsätzliches Prinzip der Volkswirtschaft, der freien Marktwirtschaft, das kann preisdrückend wirken, wenn dann nicht dementsprechend die gleiche Nachfrage kommen. Und der zweite negative Effekt ist der deutlich wichtigere. Die Erhöhung der umlaufenden Aktien bedeutet eine Verwässerung der einzelnen Aktien, die du eventuell als Aktionär dieser Aktiengesellschaft dann hast. Wenn eine Aktiengesellschaft einen Gewinn von 10 Milliarden Euro erwirtschaftet und es existieren eine Milliarde Aktien am Markt, dann würde der Gewinn pro Aktie 10 Euro betragen. Wäre die Anzahl der Aktien allerdings bei einer Milliarde, dann wäre es nur noch 1 Euro. Da die Anzahl umlaufender Aktien bei der Match Group in dem Zeitraum um 3 Millionen gesunken ist, bekommt die Match Group hier einen Punkt. Kommen wir nun zu der Kategorie operative Effizienz und beginnen mit der Bruttomarge, welche aussagt, wie effizient ein Unternehmen mit ihrem Kapital umgeht und wie hoch die Qualität eines Gewinns ist. Denn dieser orientiert sich daran, wie viel Kapital eigentlich umgesetzt werden muss, um diesen Gewinn zu erzielen. Anders gesagt, die Bruttomarge gibt an, wie viel von Umsatz ein Unternehmen behalten kann, wenn alle operativen Kosten gedeckt sind. Das heißt, solche Einflüsse wie die Problematik mit den Steuern, ganz klar, lässt man hier erstmal außen vor, weil man möchte ja auch wissen, wie ist ein Unternehmen wirklich in ihrem Unternehmensergebnis, in ihrem operativen Geschäft zu bewerten. Alles andere kann immer noch durch andere Faktoren halt verzerrt werden. Und die Bruttomarge der Match Group zum Zeitpunkt Analyse gegen den Vorjahr ist um circa einen Prozentpunkt gesunken. Hier kann kein Punkt somit vergeben werden. Das letzte und neunte Kriterium ist der Kapitalumschlag, welcher gegenüber dem Vorjahr steigen muss. Der Kapitalumschlag wird berechnet, indem der Umsatz dividiert wird durch das Gesamtkapital. Natürlich ist es weniger begrüßenswert, wenn das Gesamtkapital eines Unternehmens sinkt. Insbesondere, wenn das Eigenkapital sinkt. Aber auch, wenn das Gesamtkapital sinkt. Außer es reduziert sich nur, weil die Schulden reduziert worden sind. Aber wie dem auch sei, der Kapitalumschlag bezieht sich auf das Verhältnis von Umsatz und Gesamtvermögen. Optimalerweise steigt bei ihrem Unternehmen das Gesamtvermögen, während sich gleichzeitig überproportional der Umsatz erhöht, sodass insgesamt weniger Vermögenkapital notwendig ist, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Dies ist auch bei der Match Group der Fall, sodass beim letzten Kriterium noch mal ein Punkt vergeben werden darf und die Match Group auf insgesamt sieben von neun möglichen Punkten kommt, was ein ziemlich guter Wert ist. Und wenn wir schauen, wie sich der Aktienkurs der Match Group seit meiner Analyse und dem Piotrowski-Score von sieben entwickelt hat, dann sieht man durchaus die wissenschaftlich-statistische Validität dieses Bewertungsmodells. Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie man den Piotrowski-Score von Unternehmen schnell ermittelt. Zum einen gibt es diverse Webseiten, welche Fundamentaldaten von Aktien inklusive dem Piotrowski-Score bereitstellen. Und zum anderen kannst du dir auf der Webseite www.https-backslash-backslash-betterer-wolf.de-piotrowski-f-gore-backslash-ein-excel-Template zur Berechnung des Piotrowski-Score herunterladen. Link ist in der Beschreibung. Falls ich die Nutzung des Excel-Templates mal in einem Tutorial erläutern soll, dann lasst es mich durch ein Like und einen Kommentar wissen. Falls dir dieses Video weitergeholfen hat, abonnier gerne den Kanal, damit du keine weiteren Videos zum Thema Börse, Wirtschaft und Informatik verpasst. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao! Bis zum nächsten Mal!